nein nein falsche taste junger mann kannst du mal aufhören der at für das einsammeln dann ehre für das reinpacken lagern einlagern dann brauche ich da mehr rennofen war wie es aussieht ja ist schon krass du würdest etwas erleichtert werden weil dann würde ich nämlich da die axt nämlich rausnehmen ich hoffe dass die im laufe der zeit noch ein bisschen schneller wird mit der eisen produktion brauchen wir ja auch dauerhaft ein paar rüstungsstände haben wir hier erst das hau ab du smoker lachen würde ich mal gut dass man mitnehmen dass man mitnehmen packen hier mal alles ein was wir einpacken können wo ist fleisch beim einlagern So, da ist voll volle Kanne, voll, voll, voll Oh, ich hab gar keine Halsschmerzen Oh, gut Das Lager, wir müssen das Lager aufbauen Ähm Für Knochen Weiß es nicht Was macht der ja schon Ja, die hungrigen Smolker kommen Lass mich erstmal was essen Bevor die hungrigen Smolker hier alles weggegessen haben Aber er kommt mit Fleisch hinterher Wir müssen noch Stein besorgen Las weiter Jungs, mittels Ran an die Arbeit Wir haben einiges zu tun Ja, aber guck mal, die Kleidung halte ich schon viel besser im Winter durch jetzt Wirklich gut Das ist wirklich gut Ein Moment, jetzt müssen wir mal kurz gucken Und zwar Das kann nämlich gut möglich sein Ich hab nämlich auch noch Pelze Ich kann die hier da einlagern Ah, okay Pelze Haben die gar nicht so viel Gut, das wird auch besser Wenn ihr Wenn du erstmal diese Rüstung komplett fertig hast Dann Haben die ganze Schlacke hier auf dem Boden Jetzt pack's ein. Dann kann Olaf nämlich arbeiten. Wenn du damit das gemacht hast, kann Olaf nämlich arbeiten. Schön. Schön. Hier fehlen noch zwei Steine. Dann ist er mit dem nämlich auch durch. Da unten fehlen aber noch Steine und Steine und Steine. Und ich muss mal kurz gucken. Danach eine Spitzhacke für mich. Oh ja. Darf ich wieder eine haben? Okay. Dankeschön. Oh, Fleisch. Vielleicht doch. Doch einen zweiten Koch. Oh, ich muss mich aufwerben gehen. Und dann lege ich mich in der Zeit noch mit hin. Machen wir erstmal hier ein bisschen wärmer wieder. In den Gefühlen. Ich fühle mich voller Elan und Energie. Ja. So wollen wir es sehen. Und ich glaube, meine Freunde... Jo. Guck mal, keine Probleme. Der eine Typ hier. Leicht steigend. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Auf geht's. Noch ein paar Steine holen. Mein Karren wieder leer. Ja, sehr schön. Gut gemacht. Gut gemacht, Junge. bei der Padawan. Können wir einfach mal hier. Also ich brauche ja nicht mehr so lange, um so einen wegzukloppen. Dann bringen wir gleich mal ein paar kleine Steine mit, weil da brauchen wir auch welche. So. Einmal so. So. Einmal einlagern. Dann sind wir gar nicht so weit weggelaufen. Was da hinten ist eher interessant, wenn wir... Ähm... Eisenerz brauchen, ne? Große Steine sind ganz interessant, weil wir in der Nähe nichts mehr haben. Ja, wie viele große Steine brauchen wir denn noch? Ja, vier, sechs, sieben. Also wir brauchen noch ein paar. Dann gehen wir mal gucken. Wir haben, glaube ich... Äh, was wollte der jetzt von mir? Was wolltest du von mir? Äh, mir ist kalt. Okay, ich fühle mich in meiner Zoll unsicher. Okay. Zum Verhütten wird mehr Holzkohle benötigt. Ja, ist doch hier drüben. Oh. Achso. Du hast schon wieder alles. Uh. Na, sag doch was. Okay. Das wusste ich nicht, dass du schon wieder so... Dass du hier alles leer geräumt hast. Alter, die Waldfee. Ja, dann... Kommen wir mal rein da. So, warte. Äh, dann nehmen wir jetzt einfach von hier ein bisschen auf. Brennholz. Noch mehr Brennholz. Liegt ja überall mehr rum, als man möchte. Dann machen wir dir mal, ähm... Schnell mal so ein Ding da fertig. Und ich muss mich wärmen gehen, bevor es wieder so kalt wird und ich Halsschmerzen kriege. So. Gut. Kann ich schon mal weiter. Äh, die kleinen Steine... Die kleinen Steine aber noch da... Da reinjagen. Warte. Da einlagern. Naja, gut. Den Stück. Ähm... Wo ist meine Karre jetzt? Äh, ich glaube... Äh, ich glaube... Äh, warte mal. Da. Da ist meine Karre. Hier ist meine Karre. Hier ist meine Karre. Ja, hier kommt schon weit, ne? Aber vielleicht kann ich hier doch noch ganz gut abbauen. Ach, den Winter werden wir überleben. Eiskalt, ey. Überhaupt kein Problem hier heute. So. So, kleine Steine wieder mitnehmen. Das kann ich nicht einladen, weil ich das Ding in der Hand habe. auch doof so vier steine brauche noch drei habe ich so hat dann noch mal schnell aber jetzt aber ich glaube das brennt die schmiede braut holzkohle um zu funktionieren oder ein heißer da macht man erstmal das heiße ding das okay aha okay gut 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 ja wenn wir holzkohle ist eine arbeit warte hier du kannst die holzkohle holen glaube ich werde hier gleich schon mal naja da brauchen wir holzkohle hier brauchen wir holzkohle ich hau euch da gleich noch mal ein weiteres päckle drauf noch einlagern noch mal ordentlich brennholz holen ich bin voll wenn du nein nein alte taste junger mann kannst du mal aufhören der t für das einsammeln dann ehre für das reinpacken sag mal warum habt ihr die tanden noch nicht weggemacht die liegt hier auch schon seit ewigkeiten dann kann ich demnächst hartholz besorgen hu hu brauchen wir noch mal da brennholz nein oh warte mal was ist da eigentlich tor kampf gunst der götter wolfsband tötet einen wulf okay das sind noch so ähm kleinere dinger scuddy okay scuddy habe ich toller fang angelt etwas überlebt den ersten winter okay das passt ja ganz gut und odin odin ist fertig okay das ist auch fertig heimdal auch fertig gefion oh gefion ach so da soll ich bringen hier pilzköpf landarbeiter erledigt alle landwirtschaftlichen tätigkeiten oh okay und da können wir auch anpennen gebratener fisch gegrillt aha ja da muss ich mich dann auch mal irgendwann drum kümmern irgendwann mal das wäre schon schön das tatsächlich alles dann zu haben ne einlagern wir brauchen noch einen 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 ja brennholz ach ja activate halten und dann kannst du nämlich auch schon mal durchziehen und dann kannst du nämlich auch schon mal durchziehen schlitten schlitten einmal so wenn es lerne dann ist leer okay fackeln in die hand nehmen knüppel in der hand nehmen wir mal den großen stein mit einlagern den nächsten gleich mit oh die fackel ist kaputt oh vielleicht kann ich hier aber auch standfackeln reinpacken ne ach ne die muss ich denn auch befeuern das ist doof oder muss ich standfackeln befeuern äh warte weiß ich grad gar nicht wo seid ihr denn eigentlich bringt licht und hält wildtiere pferden kann ich hier nicht ah da ist schon wieder so ein biest ein junger kriecher monster na dann durchbrechen wir die hüllenwand wir brauchen eisenerz schön okay wo stapeln die sich nochmal stapeln sich da lass uns doch das mal wegschmeißen aber aber eine interessante geschichte hier in der höhle in der mine hier ist kalt ja gut zur hälfte bist du schon runter wir müssen auch nur ein bisschen einsammeln und dann geht das ja ja da ist komm her oh da war ein bisschen mehr eisenerz drinnen ja nochmal ich hab mir schön ordentlich draufhauen das schaffen wir ich hab mir mal eine fackel ah oh das ist aber ordentlich eisenerz hier ne also umso tiefer man kommt umso mehr eisenerz gibt es hier eigentlich krass so das ist auch gut gut gemacht hier wenn ich jetzt hier das lager öffne na guck mal da könnte ich doch okay ja okay du hast jetzt ein paar schmerzen der halt kalt ist ich buddelt da unten erstmal ah ich muss aber ganz ehrlich sagen also Tag ist das hier ganz angenehm da brauchst du doch tatsächlich Augenlicht also hier zumindest jetzt so gleich durchbrochen und zack krass so einmal eisenerz einmal eisenerz einmal eisenerz 26 Tage 26 Tage so ja komm das passt boah was ist denn das hier ein krelles Licht gerade boah ich hab ja gar nichts mehr gesehen okay okay aufsitzen ja wir müssen jetzt ganz schnell nach hause oh wir müssen uns aufwärmen essen und Durst bam 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 zieh durch ich ich stelle dir hier ab mach was du willst aber ich muss mich erstmal aufwärmen was zu trinken was zu essen so denn hier äh ja ich geh mal in meine eigene Hütte hier rein das machen wir wenn wir da mal wieder was rein sehr schön so und gleich hinlegen so und jetzt wird wieder gewartet bis wir aufgeladen sind ah herrlich so jetzt ist mir auch gleich schon viel wärmer jetzt können wir eigentlich hier losdackeln so alles klar auf geht's zack okay gucken wir mal ob der ob der mir schon eine Axt jetzt gebaut hat nein noch nicht noch nicht Schmiede der hat nur drei aha drei okay ja gut der schafft ja mehr oder weniger nachts Essen ja Essen ist hier richtig gut drin Perfekt da hat's auch noch sogar Fleisch dran ja die sind auch gut am Sammeln wie sieht's bei dir hier aus ähm ah du kommst nicht ganz so zackig vorwärts da ist auch nix aber das ist einfach weil die Materialien fehlen ne okay na gut was holen wir uns was holen wir uns nochmal steil ne warte ähm Lager ach ja erstmal selbst entleeren das ist schade dieses Lager umfasst einfach nicht sehr viel hatte die nicht schon längst mal einen vierten hergestellt ja shit wir müssen das Lager wir müssen da ein Lager aufbauen einfach ähm so Steine sind auch genug klar mein Arbeiter ist ja jetzt momentan ähm ähm am Schlafen am Pause machen whatever das eine Haus braucht noch Rinde ich warte glaube ich bis der Winter vorbei ist bevor ich weitere neue Leute hole weil ja das einfach so ist ne okay ja ja um den Schreiner zu bauen muss ich jetzt erstmal eine Eisenachst haben damit das funktioniert das Lager hier da brauchen wir jetzt nochmal einen Stock guck mal den nehm ich denn mal weißt du wo die Lager stehen das ist auch völlig banal ne ähm acht Steine oh hatte ich nicht Steine mitgebracht doch hatte ich eigentlich hm oh die wurden schon alle benutzt wieder ne denn lass mich mal kurz da hinten nochmal Steine holen nochmal kleinere Steine wir müssen auch ein Steinmetz müssen wir wieder einstellen das geht gar nicht Knut wird von Wulfur angegriffen und wo bist du? ja und wo bist du? da da ist er hast du da gesucht? ach du bist ein Jäger ja du bist ein Jäger ist natürlich eine Herausforderung hier ne so 10 Stück brauchen aber noch ein paar mehr ja dann machen wir da nochmal hm 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 ja dann werde ich jetzt selber noch die Steine mit einpacken ja ja wenn er dann die Steine mit einpackt könnte was daraus werden ne so kleiner Stein aufheben genau eieieiei ja 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 ja